Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Wir sind bei der Firma Ankenstein und neben mir steht Francis, der uns gleich erklären wird, was das Highlight von euch heute ist. Ja, also wir glauben mit dem Ankenstein ein pädagogisch sehr wertvolles Spielzeug für Kinder entwickelt zu haben, wo es darum geht, die Feinmotorik-Skills auszubauen und auch die Kreativität zu fördern. Das Spielkonzept sieht wie folgt aus. Man hat eine Silikonform, wo man mit einem Gipspulver und Wasser diese Silikonform befüllt und nach einer halben Stunde kommen fertige Steine raus, die sich auch sehr geschmeidig und glatt anfühlen, um die dann direkt zu verbauen. Man hat auch als Spieler die Möglichkeit, die im Nachhinein mit normaler Tusche oder auch mit anderen Farben zu bemalen. Man kann auch direkt in dem Herstellungsprozess Lebensmittelfarbe mit einmengen und dann kommen auch direkt bunte Steine dabei heraus. Im Ausprobieren mit Kindergärten und Grundschulen haben eben auch viele Pädagogen bestätigt, dass das tatsächlich etwas ist, was auf die Motorik einzahlt und auch auf die Kreativität, so ein bisschen das räumliche Denken, weil die Steine eine spezielle Form haben. Das ist so eine Wellenform. Das sieht dann so aus, dass man die richtig rumlegen muss, um die dann zusammenzubauen. Klingt super. Ab wie vielen Jahren? Ab fünf Jahren macht es Sinn. Kann man denn jetzt nur mit Anleitung was zusammenbauen oder kann ich jetzt mit der Kiste auch verschiedene Sachen bauen? Also man kann mit Anleitung bauen, man kann aber auch frei nach Belieben drauf losbauen. Wir machen Messebau.